Liebe Freunde von Pulheim TV, es ist wieder soweit. Heute Abend senden wir wieder live. Und zwar um 19 Uhr, ich sag jetzt mal wie immer, zum zweiten Mal, aus Pulheim, aus dem Walzwerk. Wir sind da im Probenraum der KG Aalhere. Und zu Gast haben wir die Band Kravum aus Stommen. Die hören sich laut an, sind es auch und singen auch noch Kölsch. Aber kein Karneval, nicht unbedingt. Dann haben wir noch den Chris Heron als Gast. Das ist der, der mit der Josephine Oli zusammengesungen hat. Und dann gibt es noch einen Newcomer in der Musikszene, der heißt Henning Krautmacher und der kocht für uns eine Wärmeäppelschlot. Alles heute Abend um 19 Uhr. Und hier unten unter mir stehen die Links. YouTube, Pulheim TV und Facebook Pulheim TV. Viel Spaß heute Abend.